Hallo und Herzlich Willkommen zu einem weiterhin folgenden Dekern in Zippo. Ja, heute widmen wir uns ein Halloween Event, weil es ist ja wieder bald Halloween. Und wir zocken heute die Fische online, weil da gibt es wieder so, wie soll ich sagen, Halloween Event halt. Ihr braucht dafür, wenn ihr das Halloween Event zocken wollt, braucht ihr, wenn ihr Freisen geht, ihr seht verschiedene Welten, ist eh klar. Aber hier seht ihr nicht so genau, welche Tiere ihr holen müsst. Das ist am besten, ihr geht hierher, geht auf Aufgaben, andere Orte. Und da seht ihr zum Beispiel, in Deutschland braucht ihr Grundling. Ab 32 Kilo, ein Stück, dann bekommt ihr so ein Event. Ab drei Münzen könnt ihr euch eine Karte holen. Ihr könnt hier reisen und dann kommt ihr hier nach Atto. Also auf Deutsch gesagt Tschernobyl. Da werden wir mal hier reisen. Mal gucken, was da abgeht. Ich sage es gleich, ich schneide meine Videos nicht. Ich hoffe, ihr habt Fun. Wenn nichts gehen würde, würde ich das Video auch nicht hochladen. Also nur zu Info, meine Lieben. Wenn euch gefällt, gebt meinen Daumen nach oben. Wenn ihr ein Abo da lasst, würde ich mich auch freuen. Jetzt gucken wir mal, was hier abgeht. Was sind die Rekorde? Aufgaben. Okay. Oh, der Gergerzähler arbeitet schön. 79 Kilo. 106 Kilo. Okay. Finde ich jetzt sehr lustig. 106 Kilo. Du kannst hier ein Angebot kaufen. Wir sind bis maximal 22 Kilo. Wie soll man hier was rauskriegen? Mit den Routen. Naja. Gibt es etwas Besonderes zum Kaufen? Ja. Na, grüß Gott. Keine Ahnung, was es bringt. Ich mag so ein Schastverfahren. Alter Schwede. Da kostet ja alles tocken. Gut. Dann werden wir mal rauswerfen. Dann werden wir auf Grund gehen. Das Boot werde ich schön beibehalten, weil das werde ich sicher brauchen. Das weiß ich jetzt schon. Ich werde mich so hinstellen, dass ich gleich reinspringen kann. Wenn es zu viel wird. Ich hoffe, ich komme jetzt von hier rein. Perfekt. Dann werden wir mal die drei großen Grundrouten rausschmeißen. Dann machen wir zwei auf Grund und einen auf Pose. Mal schauen, ob sie abreißt. Das wird ins Auge gehen. Mal schauen, ob sie abreißt. Sieben Meter Tiefe. Packen wir alles ein. 6 Meter. Dann gehen wir auf 45. Wenn ich mich noch erinnern kann, voriges Jahr war es hier auch nicht sehr schlecht. Berg am Ufer. Aber wie sage ich es? Und das ist schon der erste Piece. Das würde mich interessieren, was du hier mit den DLC-Routen an welchen willst. Schauen wir mal, was für ein hässliches Tier es sein wird. Das ist ein schöner Drill. Der nimmt ganz schön Schnur, aber ich werde trotzdem nichts mit dem Boot nachfahren. Wannsinn. Aber wenn es so weiter geht, muss ich doch ins Boot nehmen. Geh mir nicht kaum Schnur. Ne, das hat keinen Sinn. Ach, da müssen wir wieder nachfahren. Das geht so nicht. Ach, da müssen wir wieder nachfahren. Ich muss noch aufpassen, dass wir nicht aus der Map läuft. Kack, der erste Piece ist so heftig. Ah, komm schon. Wahnsinn. Wie geht's? Ich sage, 21 Kilo sollen die DLCs sein. Die hat bis 48 Kilo, was ich jetzt gerade benutze und ich kriege ihn kaum raus. Ich weiß nicht, was ich hier über die DLCs gedacht habe. So, wenn ich schon die DLCs rausbringe, für die Map sollte ich schon halt, ja, sich was bringen. Auch meine Meinung halt. Ich kriege nichts raus. Wahnsinn. Ich kriege nichts raus. Es geht nicht anders. Alter Schwede. Der beruhigt sich nicht. Kampf in Kampf, ja. Alles, was wieder gewonnen hat, müssen wir wieder weg. Wenn schon der erste Fisch 10 Minuten dauert im Video, na das wird ein Spaß. Wie ihr selber seht, die kämpfen hier ohne Erbarmen, das ist ein Wahnsinn. Ich bin neugierig wie viel Kilo das er hat. Jetzt gehe ich noch ein bisschen zu mit der Bremse, aber das reicht jetzt. Unmöglich. Es geht nicht anders. Ich muss hier wirklich los und akkommen. Das ist echt nicht normal. Ich hoffe, ich kriege ihn endlich raus. Na komm schon, mein Lieber. Gleich habe ich ihn, hoffentlich. Mal hoch mit dir. Komm, mein Lieber. Zeig dich. Alter Schwede. Was ist denn das für ein Monster? Doch, ich habe ihn größer gedacht. Nur 36 Kilo. Aber ich sehe jetzt selbst, was das für eine Plage war mit 36 Kilo. Ich schnurke bis 43 Kilo. Das ist jetzt selbst. Das sind Monsters, was hier drin sind. Das ist echt, echt extrem. Wie gesagt, nochmal. 24 Kilo Routen. Was ich da gedacht habe, weiß ich nicht. Aber ich werde jetzt mir gar nicht weiterfahren. Ich werde hier einfach eine rausschmeißen und erst eine Kamele nicht werfen. Das ist ja zu viel. Noch 8 Meter und probieren wir den Spinner. Vielleicht beißt was auf den Spinner. Und da ist schon wieder ein Biss. Oh Gott, der geht auch schon wieder so. Ja, das sind alles nur riesengroße. Das sind zwei Arme Routen. Das bringt sich hier nicht viel. Dann machen wir es ein bisschen schneller. Kameras da. Na komm. Und jetzt ist es erst 15 Uhr, was geht dann hier in der Nacht ab? Dann, das muss ich aber damit machen. Ich habe dich, dass ich in der Nacht alles gefeiert habe. Ich mache meinen Tag auch immer kurz weiter. Und ich habe es in den Tag. Ich habe mich immer wieder auf dem Tag erzuhalten. Das ist ja auch wieder, dass ich das Mal. Neumann. Wir kommen zum Tag mit dem Tag. Ich mach mich richtig, nicht ganzesig. Das ist ja. Ich bin Tag mit Dude. Ja, solange man nicht aufs Ufer schwimmt. Also wie gesagt, wenn ihr hier wirklich angelt, Leute, nicht ohne Boot. Das ist noch ein guter Tipp von mir. Komm noch hoch, komm noch hoch. Gekke habe ich dich. Komm noch hoch. Also doch noch nicht so weit. Okay. 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 Ich doch endlich. Noch einmal ein Wels, oder? Jupp. Na okay, komm. Das gibt's ja nicht. Wahnsinn, wie sich der sträubt. Er will nicht. Ja. 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 30 Kilo. Ja, sie werden leider kleiner. Einfach runter damit. Schauen wir, wie lang es dauert, bis einer beißt. Ich glaube, es wird nicht allzu lange dauern. Aber wie sagt man so schön? Alle guten und schlechten Dinge sind drei. Ja. 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 Wollen wir das so machen, werden wir probieren. Was machen wir dran, was machen wir dran? Nichts weiß, beißt schon einer. Und, wie sieht es aus, einmal nachfahren. Oh ja. Und, wie sieht es aus? Warte, ich will mich schnell. Jetzt habe ich ja Glück gehabt, alter Schwede. Und, wie sieht es aus? Es geht nicht anders hier, du kannst ja machen, was du willst. Echt heftig. Wie viel, wie du gewinnst, verlierst du auch wieder. So heftig. Und, wie sieht es aus? Ja, der wird jetzt wieder 30 Kilo haben. Glaub ich, oder so. Wieder Abport. Oh oh, oh oh. Und, wie sieht es aus? Und, wie sieht es aus? Und, wie sieht es aus? Der runtergegangen ist abgerissen. Mehr Glück als Verstand. Und, wie sieht es aus? Jetzt lassen Sie sich schön drinnen. Und, wie sieht es aus? 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 Ich kriege nicht raus. Na komm. Und, wie sieht es aus? Und, wie sieht es aus? Komm jetzt. Ja, will und will nicht. Und, wie sieht es aus? Und, wie sieht es aus? Ja. Und, wie sieht es aus? 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 Das war's für heute. Er gibt es nicht auf, ich gebe es nicht auf. Das kommt ja, du hässliches Vieh. Ich muss ihn jetzt überholen oder was? Das war's für heute. Okay. 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 Das ist auch nicht schlecht. Annehmen, ne? Würde ich sagen. Gut, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nochmal wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich abonnieren. Es werden weitere Videos folgen. Nicht nur über diese Game, über das Game. Wenn ihr ein bisschen reinschaut in meinen Kanal. Wie gesagt, Daumen nach oben, würde mich freuen. Abo auch. Und die Glocke nicht vergessen. Euer Zippo. Peace. Bis zum nächsten Mal.